Mein heutiges Thema ist der Kaffeeanbau in Äthiopien. Aber wo liegt Äthiopien überhaupt? Äthiopien liegt im Osten Afrikas. Als erstes möchte ich euch kurz etwas zur Geschichte erzählen. Äthiopien ist das Ursprungsland des Kaffees. Und der Kaffee soll aus der Region Kaffa stammen. Es gibt mehrere Geschichten über die Entdeckung des Kaffees. Zwei möchte ich euch jetzt erzählen. Hirten, die im Königreich Kaffa lebten, das heute im Südwesten Äthiopiens liegt, sahen, dass ihre Ziegen ziemlich fröhlich herumliefen und gar nicht mehr schlafen wollten. Zuvor hatten sie von einem Strauch mit roten Früchten genascht. Die Hirten erzählten es Mönchen, die ein Experiment mit den Früchten anstellten und diese eine ganze Weile kochten. Das Ergebnis haben sie getrunken und plötzlich konnten sie auch nicht mehr schlafen. Die roten Früchte schienen eine Wirkung zu zeigen. In einer anderen Geschichte erzählt man sich, dass die weidenden Ziegen die Früchte des Kaffeebaums gefressen haben und diese wieder ausgeschieden haben. So blieb die harte Kaffeebohne übrig, da diese nicht so leicht für einen Ziegenmagen zu verdauen ist. Als es dann zu einem Waldbrand in der Gegend kam, in der die Ziegen geweidet hatten, nahmen die Hirten plötzlich einen fremdartigen Geruch wahr. Was war das? Der Duft frisch gebrannter Kaffeebohnen. Das war der Moment, in dem der Kaffee entdeckt worden war. Der Kaffee kam dann über Arabien und die Eroberungszüge der Türken bis nach Europa. Im 17. Jahrhundert gab es dann auch in Europa die ersten Kaffeehäuser und es gehörte zum guten Ton, das schwarz-braune Getränk zu schlürfen. Die größten Kaffeeanbaugebiete befinden sich heute vor allem in Südamerika und in Südostasien. Jedoch ist jeder der heute weltweit verbreiteten Hochlandkafeesträucher ein Abkömmling der Wildpflanzen in Äthiopien. Dort gedeiht der Hochlandkaffee unter idealen Bedingungen in 600 Meter bis 1400 Meter Höhe. Die Kaffeepflanze benötigt feuchtwarmes Klima mit 1000 bis 2000 Millimeter Niederschlag pro Jahr und Temperaturen zwischen 18 und 25 Grad Celsius. Das Besondere ist, dass Blüten und Früchte in unterschiedlichem Reifegrad gleichzeitig an einem Strauch wachsen. Deswegen muss die Lese mehrfach wiederholt werden. Kleinbauern bauen den Kaffee als Mischkulturen an Einzelsträuchern zusammen mit Hirse und Mais auf kleinen Rotungsinseln an ihren ursprünglichen Standort im Wald an. Die nach neun Monaten reifen roten Kaffeekirchen werden per Hand gepflückt. Das Fruchtfleisch wird entfernt und die grünen steinharten Samen, die eigentlichen Kaffeebohnen, werden entnommen. Äthiopien gehört zu den ärmsten und wirtschaftlich schwächsten Ländern der Welt. Ein großer Teil der Bevölkerung lebt unter der absoluten Armutsgrenze. Auch die Löhne und Gehälter zählen zu den niedrigsten der Welt. Im Durchschnitt hat in Äthiopien 2019 ca. 759 Euro im Jahr verdient. Das sind nur 63 Euro im Monat. Im Vergleich dazu, der durchschnittliche Bruttojahresarbeitslohn in Deutschland lag bei 37.188 Euro, also rund 3.099 Euro monatlich. 80% der Bevölkerung arbeiten in der Landwirtschaft. Die Exportgüter bestehen fast nur aus pflanzlichen und tierischen Rohstoffen. Das wichtigste Exportgut ist dabei der Kaffee. Die Preisschwankungen auf dem Weltmarkt haben große Folgen für die Wirtschaft des Landes. In Südamerika und Südostasien baut man den Kaffee auf riesigen Plantagen an. Durch den Einsatz von Maschinen und Dünger erzielen sie höhere Erträge als Kleinbauern in Äthiopien. Ein Überangebot an Kaffee und starke Preisschwankungen auf dem Weltmarkt sind die Folge. Für die Kleinbauern ist es trotz harter körperlicher Arbeit oftmals schwer, die Familie zu ernähren. Wenn die Preise auf dem Weltmarkt fallen, übersteigen die Produktionskosten sogar dem Verdienst. Bei einem fairen Handel legt man Mindestpreise fest, die in Absprache mit den Zusammenschlüssen der Bauern und unabhängig von den Preisschwankungen auf den Märkten zu bezahlen sind. Die Bauern werden fair entlohnt und können ihre Produktionskosten decken. In den Erzeugerländern erhalten die Kleinbauern immer mehr Geld auf dem üblichen Markt. Eine Möglichkeit, den Gewinn zu steigern, ist das Rösten im eigenen Land. Das deutsche Unternehmen Frosta hat 2018 in Addis Abeba eine Kaffee-Rösterei eröffnet. Durch die Weiterverarbeitung im eigenen Land ist der Gewinn um 60 Prozent höher als beim Export von Rohkaffee. Zusammenfassend kann man sagen, Äthiopien ist traditionell ein Land der Landwirtschaft und der Viehzucht. Wandelt sich durch massive Anstrengungen in den letzten Jahrzehnten aber immer mehr zu einem Land mit aufstrebenden Dienstleistungs- und Industriesektoren. Die äthiopische Wirtschaftslage entwickelt sich insgesamt gut. Ein bedeutender Faktor dabei ist die weitere Entwicklung der Infrastruktur, besonders durch Straßenbau und Stromversorgung. So, jetzt sind wir auch schon wieder am Ende angelangt für heute. Hier nochmal meine Quellen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen.